Drei Meistern der Ballettkunst widmet die Wiener Staatsoper ihre neue Produktion. Gemeint sind dabei drei Choreografen, die durch ihre Arbeit den Weg fürs zeitgenössische Ballett bereitet und mehrfach ausgezeichnet wurden. Gezeigt werden vier ausgewählte Werke von William Forsyth, Hans Vermahnen und Jirschi Kehr. Schnelle Drehungen, wagemutige Balancen auf Spitze und ungewöhnliche Dehnungen. Heute selbstverständlich was völlig Neues für die Ballettwelt der 80er Jahre. Choreografien wie Artifact Suite des gebürtigen US-Amerikaners William Forsyth und Stücke von Hans Vermahnen und Jirschi Kilian haben das klassische Ballettvokabular um neue, extreme Formen erweitert. Eine enorme Herausforderung für die Tänzer. Die Schnelligkeit, die Tempe sind wahnsinnig hoch und ich muss mich daran anpassen. Wir arbeiten daran und einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten. Forsyth, Van Mahnen sowie Kilian sind fordernd und fantasievoll. Ein roter Faden, der sich durch die Stücke der drei großen Choreografen zieht, das Durchbrechen von alten Normen.